Der Hopfen ist ein Geschenk. Ein Hopfetolde aber ist ein bisschen wie ein eingepacktes Geschenk. Erst wenn man es auftut, entfaltet es seine wunderbare Kraft. Diese Kraft brauchen wir in Burgdorf, in der Burgdorfer Gasthausbrauerei. Für ein Bier, das mit seiner Vollmundigkeit, Eleganz und Ausgewogenheit überzeugt. Ein Bier, das zum Weitertrinken anregt. Ein Bier, das Freude macht, ein Bier für Freunde. Burgdorfer Bier. Bier braucht Heimat.